Wir machen eine Aktion, die heißt da Drommeln verbindet Deutschland und die Botschaft ist eben eine Botschaft des Friedens, aber auch mit Drommeln der Urkraft. Und wir starten heute hier, bewegen uns dann so ein bisschen durch die Republik. Das sind die beiden Symbole, die werden wie ein Staffelstab, also wir schließen uns angemeldeten Demos an, quer durch Deutschland, wo dann viele andere Drommler auch noch mitmachen. Und dieses Banner und diese Drommel, wo sämtliche Flaggen mit Wappen aller deutschen Bundesländer drauf sind, die werden dann auf jeder Demo an den nächsten Ort übergeben. Also das heißt, es muss nicht immer sein, dass wir die tragen, sondern die tragen dann immer irgendwer. Aber das Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin schaffen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Banner und die Drommel, die werden es bis nach Berlin machen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020